Moin zusammen Ich mach mal wieder ein kurzes Tutorial Ich teste Quickcam Äh, falsch, Hypercam Und, äh, mache ein Quick-Tutorial zu Gimp Und zwar Gimp 2.8 Dort hat man jetzt die Möglichkeit So ist halt, wie man es kennt, das traditionelle Gimp Man hat die Möglichkeit jetzt per Fenster, Einzelfenstermodus Äh, das Ganze, ja, wie man sieht, in einem Einzelfenster darzustellen Dass alles angedockt ist und man nicht mehr alle Fenster so einzeln hat Jo, und das war mein Quick-Tutorial Wer es interessant fand oder wem es half Daumen hoch und abonnieren Danke, ciao, ciao